Herzlich Willkommen auf unserem Kanal. Wir sehen uns wieder Check-Nack-This und danke, dass ihr immer wieder eingeschaltet habt. Und heute machen wir One-Pot-Pasta, carbonara Art von Steffen Henssler nach. Und das ist dabei rausgekommen. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und hier das Rezept für zwei Personen. Wir brauchen einmal etwas Bacon, 25 Gramm Parmigiano-Reggiano, 250 Gramm Pennenudeln, Salz, Pfeffer, etwas Sahne, Zwei Eier, eine weiße Zwiebel und etwas Olivenöl. Und jetzt fangen wir auch schon an. Und nun wie immer die Zwiebeln in Halbmonden schneiden. Und jetzt packen wir die fertig geschnittenen Zwiebeln in eine Schüssel. Öl in der Pfanne erhitzen und jetzt Zwiebeln und den Speck dazu. So, Nudeln kommen wir rein, Wasser und Schuss Sahne, mittlere Hitze und dann 15 Minuten. In der Zwischenzeit, wo unsere Nudeln kochen, können wir ja schon mal die Creme machen. Wir nehmen jetzt hier das Ei oder die Eier, schlagen die einmal und dann trennen wir das Eiweiß vom Eigelb. Jetzt hier den Parmigiano-Reggiano rein, Salz, Pfeffer. So, mal gucken, wie es aussieht. Es sieht echt geil aus. Wir geben jetzt das Ruhe-Ei hinzu und dann lassen wir das kurz ausstocken. Jetzt kommen die Beauty-Shots, let's go! Jetzt erst mal probieren. Das war's vom Video, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn euch's gefallen hat, können wir jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr's noch nicht getan habt, könnt ihr uns jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. In der Infobox findet ihr das Rezept und die Links zu unseren Social Media wie Instagram. Bis zum nächsten Mal, tschau tschau!